und es geht weiter meine lieben kameraden schweine ja es geht weiter und endlich mit neuen schützen dran für ihn und für ihn und wir probieren gleich mal seinen geschützt aus ob es denn auch was bringt auf jeden fall etwas mehr als das letzte da bin ich mir ziemlich sicher okay ach ich bin so aufgeregt endlich mal eine neue knackere habe ich gemeint ja beim ist auch wirklich ziemlich gerne sagt ja nein ich habe nichts getrunken ich bin einfach nur glücklich ja ich muss momentan auch etwas voraus aufnehmen weil wir haben unser dach wird gemacht und weil ich auf dem dachboden auf ne gut extrem ne genau dachboden aber oberstes geschoss der aufnehmen da höre ich ja wenn die arbeiten und das wollt ihr nicht hören und deswegen werden wir oder ruhig aufnehmen ja so ich war jetzt so schnell das hat mich jetzt so richtig gefreut ich bin ein düsenflieger guck wie schnell ich bin ach tut das gut tut das gut wir verstecken uns erst einmal in einem alle jedes mal wenn ich auf jemanden schießen will da auch plötzlich da ein haus auf ja schade aber die wirklich mein kleiner ist es weiter acht jungs ja aber 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 hallo der kleine wollte mich herab in der fahrung ist es junge ich bin da kann schon mal machen Du kannst mich nicht beschühen. So. Jo, ja. Ich leg jetzt los, Jungs. Guck, guck. Der ist kaputt. Den hat er zerfetzt. Total nüber. Mama? Ups. Guck, guck. Wo ist das Baby? Da ist es, ja. Naja, okay. Da haben wir eine bessere Aussicht. Ja, der Kleine da. Der Unschuldige. Juhu. Den hat er zum Kaut. Oh. Oh, hab ich den Schatten gemacht? Nee. Ach, guck, guck. Ich bin auch was zerstört, Mama. Unglaublich, ey. Die lassen mich nicht. Gegen die Jagdpartei, gegen die Spender. Ja. Ja, wir machen jetzt offensiv. Einfach nur, weil ich es kann. Weil ich gar nicht so viel Leben hab. Und noch nicht wie die letzten paar Male innerhalb von zwei Minuten abgekackt bin. Ja. Weil ich eben das Gefühl hab, dass alle zum Stürmen vorgegangen sind. Was ich ziemlich lustig finde. Ah, das ist ein Schaden. Darauf hab ich gewartet. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Das hab ich nicht vermisst. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Wirkungstreffer. Ach, ah, da ist die Schwachstelle. Sehr schön. Ich hab genug Money. Auch wenn du noch nicht mehr stehst. Alter, meine Maus tut mich da quälen hier. Ja, genau. Mach einen Schritt zurück. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschüttet. Ja. Spür den Schaden, ihr Mischlinge hier. So. Jetzt geht's weiter hier. Endlich, 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 endlich. Ich meine, wenn ich jetzt etwas laut bin, ja, aber mal... Ja. Wie gesagt, ich schrei fast in ein Mikro rein und das ist nicht gut. Dafür bräuchte ich dann ein einfacher Standmikrofon. Wertungsstreffer. Das kostet aber so viel Geld, Mama. Der ist abgeprallt. Das war's für uns. Los, hier. Keine Ahnung, wer mich getroffen hat hier. Der hat mich jetzt gekillt. Wirklich, really. Das kleine, der bei den Hosen scheiße. Okay, okay, okay. Hab nichts gesagt. Bin ganz friedlich. Schauen wir uns mal das große Battle der schweren Panzer an. Motor kaputt. Wir können uns nicht mehr bewegen. Abgeprallt. Verfehlt. Das ist der eine, der links hier richtig an. Das Geschütz ist zu groß, der schießt über den anderen drüber. Das ist jetzt mal lustig. Haha Da hat ein schwerer Versack Ich finde auch ziemlich gut Diese Clans Es gibt einen Haufen davon Wo dann solche Kräfte machen Fünf gegen ein und so weiter Um einfach mal Also fünf Schwache und so weiter Um einfach mal die Schwachstellen rauszukriegen Um einfach mal zu sehen Wie kann man den großen Ida machen und so weiter Ähm Finde ich persönlich sehr gut Ja aber naja Ich bin persönlich kein Clan Dafür ja wie gesagt Wenn ich spiele dann zieht es in der Aufnahme Ja Wenn ich spiele dann spiele ich für die Aufnahme Also wenn ihr mich irgendwo mal seht Dann tue ich gerade Aufnehmen ja Burn 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 Und wir haben gewonnen Bravo Und wir haben auch endlich mal ein neues Geschütz Was auch sehr viel Spaß gemacht hat damit Ich hoffe ihr hattet auch Spaß Und dann bis zur Nächsten Folge Äh Warte mal Jetzt schaue ich nochmal kurz Brauchen wir da jetzt überhaupt noch irgendwas Ja okay Das Geschütz war eigentlich jetzt ganz nett Das war so Also dann Bis zum nächsten Mal Cheerio Ich verabschiede mich Ich verabschiede mich Ich verabschiede mich